Hallo, Luisa hier. Ich nehme euch jetzt mit in die Kunststofftechnikwerkstatt. Hier werden unter anderem unterschiedliche Werkstücke geplant und dann gefertigt. In dieser Werkstatt werden gerade Lichtschaltungen aufgebaut und dann durchbesprochen. Und hier seht ihr, wie unsere Schülerinnen und Schüler theoretisches Wissen erlangen, das sie dann später in die Praxis umsetzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017